So Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play! Ja, wir haben ja vorhin den Slashman besiegt, die alte Furzgans. Die Furzgans, richtig. So, aber ich habe mal gerade im Internet geschaut, Leute, weil ich wollte mal wissen, was gibt es eigentlich alles für Geheimnisse und es gibt so geile Sachen. Ich glaube, Leute, wir werden uns erstmal die Geheimnisse anschauen, bevor wir wirklich weitermachen. Ich will unbedingt die Geheimnisse. Ja, dazu müssen wir jetzt unsere lieben Junkman nämlich... Und wir wissen ja, wir haben ja Buchstaben eingesammelt. Ähm, oh, Entschuldigung. Ähm, und uns fehlt ja noch, was war das? Ähm, uns fehlte noch... Oh mein Gott, zu viel, zu viel. Ähm, hallo Schabe. Ähm, uns fehlte noch ein Buchstabe. Ich meine, es war das S gewesen und das brauchen wir noch. Und ich weiß jetzt natürlich, was das ist. Ah, n-n-n-n, ach du Kacke, nein, ich wurde mal von der Schabe. Getroffen, scheiße. Hallo Rush. So, das war unnütz, Rush. Da müssen wir nochmal drüber reden. Vielleicht nochmal irgendwann, keine Ahnung. Oh, ja, komm, Schabe. Alter, die Schabe ist böse geworden. Die ist ja richtig fies. Ähm, ja, ich stelle mich gerade fucking dumm an. Kann das sein? Also richtig dumm. Okay, ähm... Ah, der Helmi-Lift. Hallo Helmi. Oh Gott. Alter, ich stelle mich gerade an, als würde ich zum ersten Mal einen Controller in der Hand halten. Ernsthaft? Was ist mit mir los? Ich bin irgendwie eingerostet. Keine Ahnung. So, wir haben noch mehr Schrauben. Ähm, nein, den Spruch, äh, mit mehr Raketen in Schrauben umwandeln, mache ich jetzt mal nichts. So, so, oh gut. Komm her. Oh Gott, ist das ein Sprung? Oh Gott. Gut, hier. Das ist interessant. Wir müssen hier nämlich Freeze einsetzen. Ich frage mich ja, welcher normale Mensch darauf kommen würde. Wobei man sieht da unten ja die Leiter. Das ist eigentlich... Doch, es ist sehr einfach. Und hier haben wir. Yes. Wir haben alle Buchstaben. Und wir haben... Was haben wir denn? Äh? Äh? Ja. Richtig, Möko. Oh, du. Wie bitte? Achso. Und, Leute, guckt mal. Und, Achtung, Achtung. Jetzt muss ich halt gucken. Guckt mal, Leute. Warte. Ist das nicht schön, Leute? Ist das nicht ein Traum? Hahaha. Was ist das? Wie bitte? Oh, oh. Oh, hahaha. Habt ihr das gesehen? Ey, ich kann ja sogar was. Es ist ja phänomenal. Leben? Sir, are you serious? Nein. Ich bin Brunnhilde Gruntenberg. Oh. Ach, noch ein Helmi-Aufzug. Jetzt. Hallo, ich bin das Aufzuglied. Blat, blat, blat. Oh, Gott, ey. Am, nam, nam. Ah, lalala. Ich stelle mich dumm an. Gut. Und es geht weiter. Nicht so gut. Ah, wir haben es gemeistert. Gemeistert, genau. Wir lassen uns tausendmal treffen. Und sagen einfach, wir haben es gemeistert. Ach, so zum Beispiel. So meistert man ein Spiel. Wow. Wie viel ich reden kann. Ach, du Kacke. Nein. Nein. Rush, Jet. Shit. Ah. Oh, Gott. Nein, 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 nein. Oh, ich hatte so viel Glück gehabt. Gut. Ah, du böse Mücke. Hm. Also, am mein Bein und am Mottenblut kommst du nicht. So. Ja. Kann doch mal nicht treffen. Das haben wir schon im Kinderjachten gelernt. Wer treffen will, muss freundlich sein. Ho, ho. Lustig. Nicht. Ähm. Gut. Und weiter geht's. Ey. Muss wir den nochmal machen, die Frage? Ne, ne? Ne. Gut. Wir haben den Superadapter. Das kann ich also schon mal abhaken. So. Als nächstes müssen wir zu Springman, Leute. Zu dem guten Springman. Ja, ich weiß, wofür Funk 20 Parts gebraucht hat, um nochmal wirklich alles zu finden. Ich mach dann alles voll schnell. Oh. Sorry. Tut mir leid, weil ich hab gerade ein bisschen, ähm, äh, was zurückgemacht, weil ich hab mich verklickt. Ich wollte zu Springman nicht zu Wolken, Mann. Sie sind ja auch so schwer zu erkennen. So, so. Kann man ja auch überhaupt nicht unterscheiden. Ah, Hust. Ja. Und wir bekommen Schrauben ohne Ende. Ich, ich werd verrückt. Das ist einfach nur geil. Ich weiß auch nicht. Das gefällt mir. Oh, ne Schraube. Oh, es ist so friedlich, das Spiel. Pass auf. Ich sag das jetzt so. Oh, es ist friedlich, das Spiel. Und dann sterbe ich. Ja, dann sterbe ich. Das ist immer so. Das wissen wir ja. Warte. Mann, Mann, Mann. Ey. Oder man, macht mal wieder alles falsch. So geht's. Ey, wie oft hab ich mich jetzt treffen lassen? Bitte? Also, Mirko. Das geht besser. Ähm, ja. Boah, ich war grad so ruhig. Es ist blöd. Ich will nicht ruhig sein. Ich will labern. Ich will euch so zulabern. Gut. It läuft. So. Hm. Haha. Es ist so geil. Das ist nicht ge... Alter. Slink. Wie hat er noch? Funk hat ein Slinky genannt. Genau. Ne, das hier war nicht Slink. Das mein ich. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So. Oh. Es klappt so wunderbar. Leckerschön. Oh, leckerschön. Ach, gut. Gut, 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 gut. Es klappt so gut. Es klappt alles so geil. Es ist so schön. Der Adapter ist... Es ist ne Pracht. Es ist ne Wonne. Es ist ne... Hier kommt die Wonne. Puh, Puh, Puh. Ich kann kein Es pressen. Ich lispel. Hier kommt die Wonne. Ey. Das ist so geil. Das ist so overpowered. Ma, ma, ma. So, wir sind gleich hier bei der Stelle, wo wir für unseren schönen Shop die... Was wartet noch? Wartet. Haha. So. Ja, ja. Haha. Sorry, Leute. Es ist das Geilst überhaupt. Oh Gott. Es ist so gut. So, wartet. Oh. Wartet kurz. Ja. Richtig so. Und. Guckt hin. Hahaha. Au. Okay. Juhu. Leute. Wir haben es. Was ist das nochmal? Genau. Ich weiß es nicht genau. Ich meine, es wäre das Ding gewesen, wofür wir dann im Shop günstiger bekommen. Oh Gott. Ich dachte schon, das wäre wieder mein N-D gewesen. Und wo ist mein Rush-Adapter? Also stimmt. Der wird verschwindet, ja. Ja, ich glaube, in dem Part bin ich mal nicht so bescheuert wie so. Boah. Also, wenn das mal ne Bombe war hier. Das ist nur noch zum Ausgang. Wird bestimmt das... Alter. Alter, 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 Falter. Oh, yes. Alter, oder? Man stellt sich so blöd an wie ich, wa? Na, 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 na. Dann kommen wir schon mal weit hier. Es ist so overpowered gut. Es ist so geil. Es ist so Deutschland. Es ist so Deutschland hier. Oh! Du. Du Engel. Alter, hau dich. Meine Fresse. Hör auf mich so zu verkack eiern. Warte mal. Wir haben noch alle E-Tanks. Oder wie war das? Oh! Uns fehlt sogar einer. Und, ja, für den E-Tank haben wir jetzt nochmal hinten zurück. Na, Leute. Ne. Ne, oder? Ne, wir gehen nicht zurück zum E-Tank. Ich bin da zu faul grad für. Dann müsste ich wieder zum Arsch der Welt laufen. Noch einen Schluck aus meiner Cola hier. Ha! Oh, Gott. Ich kann den Hermann mit kaputter Stimme noch nicht wirklich machen. Das geht noch nicht. Wow. Warte mal. Wie bitte? Moment. Ha! Schön! Es ist so geil, dieser Anzug. Komm mal, ihr Kollege. BAM! Es ist gut. Es ist so geil. Aber Sliden können wir leider nicht. Schade. Ach ja, und ich hatte gar nicht mal so Unrecht mit Turboman. Ich hätte sogar beinahe da, wo die Ampeln waren, den Geheimgang gefunden. Doch irgendwie bin ich nur ein Fissel daneben gesprungen. Wir müssen nochmal gleich zu Turboman. Es wird gleich kein Weg fahren. Dieser Affen. Okay. Leute, ich kann es auch wieder... Oh, so. Wir gehen erst mal in den Shop. So. Er wird sich freuen. Ich spüle ein bisschen vor. So. Hey! Hey! BAM! Oh! Das ist mein Bolzen. Danke. Er passt perfekt. Ha! Ha! Genau. Geil. Ist so geil. Es ist so geil. Und vor allen Dingen, der Tanzen und Singen der Eddy da links. Edison Japaner. Sorry, aber die Flasche fliegt gerade mal. Ich konnte gar nicht anders. Der war die ganze Zeit ein Japaner und ich habe gerade für einen Japaner einen Job erledigt. Den können scheißen. Das heißt zu deutsch, er kann jetzt schneller Sachen herstellen. Ähm. Und wir haben mehr und günstiger, oder? Ja! Was ist das denn? Das ist die Hyper Rocket Buster. Was bringt der? It enables the Rocket Buster to go for... Aber dafür 800. Nee. Der Energy Equalizer. Huh. Warte mal. Ich will mal alles durchlesen. Das ist der Energy Equalizer. Apple. Ja. Pff. Der Search Rush. Das sind alles Sachen, die wir schon haben. Warum sollten wir den bitte nochmal kaufen? Ein S-Can? Ey, geil. Und das nur für 80 mehr. Äh, für 20 mehr. Es lohnt ja richtig. Oh, Leute. Oh, nee. Doch nicht. Oh, 30 nur noch. Yes, Leute. Na, okay. So long, Mega Man. Ich weiß nicht, wie lange ich jetzt aufgenommen habe. Ich bin da total ratlos. Ich würde sagen, ich split den Top... Ich kann gar nicht mehr reden. Ich split den Part und die nächsten Rätsel machen dann Turbo Man gleich. Okay. Bis gleich. Tschüss.